Ordnung im Chaos oder chaotische Unordnung, dies könnte sich im Vollmond in Fische zeigen. Nachdem wir im August den Vollmond in Wassermann und Neumond in Löwen durchwandern, werden wir dieses Mal noch einmal einen Vollmond in Fische erleben. Wir durften Gemeinsamkeit, Gleichklang erleben, Gleichgesinnte treffen, es ist Sommer. So erleben wir unser Leben in seiner höchsten Form. Lebensfreude, Gemeinsamkeiten. Joprida unterstützt uns in der Schönheit unseres Lebens. Reisen, Freude, Gemeinsamkeiten. Geistiges Wachstum wurde zu uns gebracht. Wissenserweiterung und Austausch. Beschreibst du so dein Leben? Trittst du immer wieder heraus aus dem Chaos? Oder bist du in der Opferhaltung? So ist dein Fokus gefragt. Sei dir bewusst, im Chaos liegt die Veränderung. Wir stehen vor dem Tor des Widers. Hier gehen wir ins Neue hinein. Wir entscheiden selbst, Chaos oder Gleichklang. Was schöpfst du? Was schöpfst du? Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina. Ich begleite dich gerne in Verbindung mit deiner Seele, in Coachings, Heilsitzungen und spirituellen Weiterbildungen auf deinem Weg in die neue Zeit. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Schön, dass du da bist. Wenn du dich regelmäßig, täglich mit der Mondreise beschäftigst, kommst du in dein wirkliches Leben hinein. Du erschaffst Gleichklang in dir. Du trittst aus der Opferhaltung heraus. Schön, dass du da bist. Wir durften vieles loslassen. So dürfen wir nochmals reflektieren. Wo hatte ich noch Druck in mir? Wo konnten wir nicht loslassen? Schaue dir nochmals deine Themen an. Lasse dich nicht verwirren und bleibe im Fokus. Im Beobachten und Erkennen deiner Themen. Die innere Ruhe bewahren. Hier darf sich vieles auflösen. So kann für dich ein Download entstehen, welcher dir deinen neuen Fokus aufweisen kann. Wir können unsere Themen im Außen beschreiben. Im Vollmond in Fische bringt unser Saturn die Energie von Struktur und das Wesentliche zu erkennen. Rückliegendes kann in neue Bahnen gebracht werden. In Fische darf vieles in Heilung gehen. Dies zeigen uns auch unsere Träume. Wir dürfen unseren Visionen und Wünschen in den zielgerichteten Fokus bringen. Wir dürfen ausdauernd mit dem Fokus auf das Wesentliche entwickeln, um uns nicht von vordergründigen Dingen ablenken zu lassen. So dürfen wir auch langfristiges manifestieren, welches uns der Mond im nächsten Jahr in unser Leben bringt. Der Mond verhilft uns immer, uns wieder in unser Gleichgewicht zu bringen. Wir dürfen neue Wege gehen. Wenn sich uns zum Beispiel Blockaden zeigen, dann ist in diesem Moment Veränderung angesagt. Wir dürfen uns unsere Kreativität öffnen, aktiv ins Leben gehen. Die Energie in Fische bringt uns Bewegung und Rhythmus. Diese Energien wollen sowohl im feststofflichen als auch im feinstofflichen Körper ins Gleichgewicht gebracht werden. Wenn unser Wasserhaushalt im Körper in Gleichklang sich befindet, geht es unserem feinstofflichen Körper ebenfalls gut. So darf ich auch in meinem körperlichen Aspekt beobachten, was er mir im Spiegel meiner Seele sagen möchte. So möchten wir in unseren Mondreisen immer unsere fünf Elemente in Einklang bringen. Unsere irdischen vier Elemente mit dem fünften Element der Quelle verbinden. Wir dürfen uns intensiv mit der Farbe Grün in diesem Vollmond auch beschäftigen. Die Fische-Energie ist unserer Leber zugeordnet. In Fische wird unsere Wahrheit manifestiert. Das zugehörige Organ, die Leber, ist für die Funktion unseres ganzen Körpers zuständig. Sie bringt uns Kraft, unser Leben zu meistern. In früheren Zeiten wurde die Leber oft als Sitz unserer Seelen und unserer Emotionen beschrieben. Ihr Lieben, ich kann in meinen Heilsitzungen vieles erkennen, was in den jeweiligen Feldern in dir noch in Heilung gehen möchte. Ebenfalls erhältst du in meinen Webinaren wunderbare Ausbildungen und Werkzeuge für deine weitere Entwicklung. Ebenfalls unterstütze ich dich gerne in den täglichen Energieübertragungen um 22 Uhr. Auch hier erkennen wir, was in Heilung gehen darf. Die Links findest du unter dem Video. Wir werden in unserer Meditation uns tief mit Mutter Erde und Vater Himmel verbinden. Das göttliche Feuer in uns entfachen, so werden wir im ersten Teil unserer Meditation in die Felder des Mondes gebracht. Dort werden die Mondgöttinnen sich unseren Gefühlen, unserer Selbstklärung zuwenden. Alles, was unserer Freiheit, unserer Handlungskraft im Hier und Jetzt zu sein, im Wege steht, darf erneut in Heilung gehen. Auf unserer weiteren Reise führ dich, Solea, in die Heilfelder des Syrius hinein. Wir werden dort intensive Heilung für unsere Leber und körperliches System erfahren. Danach erwarten uns die Göttinnen der Handlung. Sie begrüßen dich und prüfen, was in dir wachsen darf, was heilen darf, um deine vollständige Handlungskraft weiterzuentwickeln. Lasse keine Zweifel in deinen Vorhaben zu. Du weißt bereits, was du möchtest oder es entstehen erneut die Bilder von dem, was du ins Leben bringen möchtest. Du erhältst einen Download von verlorenen Seelenanteilen. Bleibe also bis zum Ende dabei, so erschaffst du dein neues Leben voller Schönheit, Frohsinn und Reichtum und Fühlen. In den Meditationen der jeweiligen Mondreisen werden wir immer in eine höhere Schöpfer-Ebene geführt, um unser Leben zu manifestieren. Es bedarf der Anbindung an die Quelle selbst. Das Video enthält starke Heilenergien durch die Kraft des inneren Spiegels und lichte, heilende Frequenzen. Mit jedem Anhören erhöht sich die Energie. Am Ende des Videos wirst du mit einem Glockenton runter, zurück ins Wiederkund jetzt geführt. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinaus strahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Frieden in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zur Mutter Erde wahr. Lasse deine goldenen Lichtwurzeln ganz tief in Mutter Erde ankommen und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen. Im Schoße der Mutter baden und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt. Und ein weiterer Lichtstrom über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt. Zum Ursprung allen Seins. Bade im Schoße deiner göttlichen Eltern. Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energieausdehnung wahr. Nimm wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom deine Chakren reinigt und klärt. Lasse dich ganz hinein sinken in deinen Herzensraum und nimm dann ganz bewusst die Energie dort wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr. Die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Wir werden dich in deiner heutigen Reise begleiten. So laden wir dich ein zu der Reise in die heilenden Felder des Mondes. Nimm wahr, wie sie dich höher tragen in die heilenden Felder. Sieh, wie die Mondgöttinnen dich begrüßen. Geliebtes Kind, schön, dass du da bist. Du bist zu uns gekommen, weil du erkannt hast, wie wichtig es ist, auf deine Reise in die Zukunft, dich, deinen Gefühlen, deiner Selbstklärung zuzuwenden. Alles, was deiner Freiheit, deiner Handlungskraft, im Hier und Jetzt zu sein. Alles, was deiner spielerischen Kraft, das innere Kind, wo es sich wohlfühlt. Spielerisch im Leben sein, Leichtigkeit, Harmonie, im Wege steht, werden wir nun von dir nehmen und erneut in Heilung bringen. Wir werden dich befreien von all deinen Schatten, Welche dich hindern, deine Stabilität, dein wirkliches Potenzial zu sehen. So lasse nun das silberne Mondlicht zu dir fließen. Dieses Licht zeigt dir alles, was wichtig ist, damit Heilung geschehen kann. Verweile einige Momente, lasse geschehen. Hier in unseren Heilstätten, kannst du alles vergessen, was deinem Licht zu erkennen im Wege steht. Nimm diese abgeschiedenen Ort in seiner Gänse wahr. Hier gibt es nichts, was dich ablenken könnte, um zu dir selbst zu kommen. Und dein Selbst zu entwickeln, ist es wichtig, immer wieder diesen Ort der mütterlichen Kraft zu besuchen. ganz zuzulassen, dass es nichts gibt, was dich trägt. Keiner da draußen. Dass du im Leben, wie in diesem Feld, du dir selbst der Nächste bist. So wie wir dich mit unserer mütterlichen Kraft beschenken und du dein Selbst wahrnimmst, du lässt ganz los. Wisse aber, dass im selben Moment, wenn du fühlst, dass deine spielerische Kraft dein inneres Kind abwesend ist, du dich immer wieder bei uns ein findest und du dich wieder auflädst mit deiner ursprünglichen Kraft. So lange, bis du dich selbst ermächtigt hast, so wie die Liebe aus dir fließt, die Liebe aus deinem Ursprung nachfließt. Dies geliebtes Kind, sage ich dir, geh dann von alleine. Wenn du dich in Gänze in dir selbst befindest. Wenn du dich alleine fühlst, bist du aus deinem Herzen herausgetreten. Wisse, geliebtes Kind, es wird dir immer leichter fallen. Wir, die geistigen Wesen, unterstützen dich. Wir lieben dich. Wir sind bei dir. Wenn du uns rufst, sind wir da. Während du diese Worte vernimmst, gleichen wir deine Energien an. Wir unterstützen dich. Verweile noch einige Augenblicke bei uns. Genieße die Energie. Wir werden ohne Je pensdanger, natürlichVELB, bei uns gehalten, wir werden außerirdisch. Wir können uns gehalten, wenn du dich verantwortüllst, wir werden nicht mehr, dann du dich, zu den Manchans. Wir werden vom Gesundheitsrir und Samantha 4 geschraven! In tiefer inneren Geborgenheit, im Getragensein, fühlst du, wie dich deine Boten und Begleiter in die Heilstätten des Syrius bringen. Du fühlst dich wohl. Smaragdgrünes Licht empfängt dich. Vor dir siehst du eine Liege, auf welcher du Platz nimmst. Lasse nun geschehen, was geschieht. Du nimmst den Raum ganz klar vor deinem inneren Auge wahr. Du siehst am Kopfende und am Fußende deine kosmischen Eltern. Fühle, wie sie dir die Energien, deine Kraftzentrale, deine Urenergie bringen. Lasse geschehen. Vühle den Energiestroom. beginnend an Deinen Sehen nach oben fliessend, immer klarer und reiner sich bewegend. Du fühlst in Deinem Kopfraum, wie Dein kosmisches Bewusstsein sich öffnet. Atme ruhig und tief ein und aus. Nimm die Energien wahr. Du fühlst, wie vollständiges Gleichgewicht entsteht. Dich Deine Urkraft bewegt. Dein Körperbewusstsein entwickelt sich, indem Du alles wahrnimmst, was jetzt geschieht. Lasse geschehen. Du bist offen für den Download Deines kosmischen Bewusstseins. Dich Deine Urkraft So hast Du nun einen tiefen Bewusstseinszustand erreicht. Und wir führen Dich in die Felder Deiner Handlungskraft. Wisse, es braucht Deine Bereitschaft. Alles, ja alles, unerlöste, es bedarf Deines ganzen Einsatzes. Zu erkennen, was Dich in diesem Moment nicht in Deine höhere Bewusstseinsstufe eintreten lässt. Was hindert Dich noch daran? So fühlst Du, dass sich in Dir etwas verändert hat. Alles Alte ist Dir zu eng geworden. Du bist über Dich hinausgewachsen. Du fühlst die Kraft der Veränderung in Dir. Die Stärke. Du kannst Dich im Außen zeigen, in Deiner vollen Kraft. Es schaffen neue Möglichkeiten und neue Erfahrungen. Und Du hörst die Worte, wie Dein inneres Kind zu Dir spricht und Dich erinnert. Weißt Du noch, als Du ein kleines Kind warst, wir waren immer zusammen. Wir hatten Leichtigkeit und Lebensfreude. Wir hatten uns so vieles vorgenommen, in diesem Leben voller Lebensfreude zu schöpfen. Lasse Dir Zeit. Fühle. Fühle die Energie. Fühle die Klänge, die Farben, den Tanz. Fühle die Geist. Fühle die Gemeinde. Lasse es geschehen. Fühle die Freiheit. Fühle die Energie. So wird alles zu Dir gebracht. dein inneres kind fröhlich und ausgelassen die freude gehört zu dir zurück singen tanzen und lachen lassen noch mal alle bilder an dir vorüberziehen bilder von leichtigkeit all deine wünsche geschehen schaue wie deine neue welt entsteht fühle wie leichtigkeit und lebensfreude nun bei dir sind mit herzlicher innigkeit umarm dich dein inneres kind sie die vielen schmetterlinge die du bein zurückkehren in deinem seelenraum wahrnimmst sei mit dem klang der glocke nun wieder ganz im hier und jetzt die energie löst sich auf atme tief und vollständig ein und aus nimm deine tiefe erdung wahr bedanke dich bei deinen boten und helfern bei der geistigen welt dass dies nun alles geschehen durfte öffne deine augen sehr schön waren sie die energie nutze die reise immer wieder besuche dein inneres kind es wartet täglich auf dich lasse es in deinem alltag bei dir sein so darf alles heilen schenke ihm als dank eine schöne harmonische umgebung in deinem alltag mache es dir schön liebe liebe und lachen so wird dein leben leicht dein herz und verstand in liebe schöpfen bedanke dich bei deinen seelen engeln bei den lichten wesen bei der göttlichen mutter bei deinem inneren kind und bei deiner seele freue dich dass lebensfreude spiel und leichtigkeit nun bei dir sind ihr lieben in meinen webinaren erhältst du hoch energetische werkzeuge um mit den energien der neuen zeit selbstständig zu arbeiten hier wirst du in deine weibliche urenergie eingeweiht deine kanäle werden geöffnet du erhältst die aktivierungen und vieles mehr übrigens die neuesten energien welche auf die erde gebracht werden sind in all meinen webinaren enthalten auch erhältst du sie in all meinen heilsitzungen unter dem video findest du all die links zu den webinaren und den mond reisen und den heilsitzungen die reinigung all deine energie körper ist wichtig am abend bevor du schlafen gehst beschreibt uns die geistige welt reinige dich und kehre in deine urenergie ein so können wir in der nacht für dich arbeiten während du schläfst wir tun dies gerne wenn du uns rufst sind wir im selben moment bei dir ich freue mich auf deinen like und ein feedback abonniere meinen kanal so verpasst du kein video mehr wenn dir die meditation gefällt hast du die möglichkeit diese für dich selbst zu holen den link findest du ebenfalls unter dem video viel freude mit den energien bleibe im licht melde dich gerne wenn du meine hilfe möchtest alles liebe dir lasse es dir gut gehen frage ich hab mich an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020